Der Startlauf auf 14,5 kmh. Maschinen mit 1,5 kmh ausgestattet haben. Ein sehr gutes Gewichtsverhältnis. Maximales Abfluggewicht unter 1,3 Tonnen. Bereits Nummer 3 ist der Startlauf. Jetzt zur Formation hier über den Dürfen. Die Maschinen sich jetzt zur Formation links des Platzes Richtung Autobahnbrücke sammeln. Ein paar Informationen zu den Piloten. Angeführt wird die Staffel von Kommandant-Aviateur Paul Leis. Der Name Paolo. Er ist der Team.